Einmal die sechs. Wieso verliere ich nur die ganze Zeit? Weil du nicht gewinnen willst. Na und? Du hast doch ein Kind. Ja, habe ich. Wie ist denn sowas? Das ist schon ganz gut. Soll ich dir einer reinhauen? Wer, du? Ja, ich. Nein. Das habe ich mir fast gedacht. Wieso denn noch? Wieso denn nicht? Willst du einen Videorekorder? Ich habe schon einen. Ich kann dir einen verkaufen. Ich brauche aber nur einen. Kannst du ihn in die Küche stellen? Da ist ja meine Frau drin an der Waschmaschine. Ist doch gut. Da kann deine Frau dann zugucken, wenn sie dir das Essen macht. Sag mal, bist du übergeschnappt oder was? Wenn du mich meinst. Ich glaube nicht. Gehst du heute Abend mit einem trinken? Heute Abend geht meine Frau weg. Fahren tun das immer. Drei mal die zwei. Okay.